Ich würde gern wieder Rotwild oder Wild finden und nicht Muldeer, aber scheinbar läuft es darauf hinaus. Ich will den Grizzly nicht. Was war denn? Was war das hier? Das ist Muldeer. Jetzt sollten wir dann einfach nochmal Muldeer jagen. Zweieinhalb Stunden, das ist natürlich weit weg. Und es ruckelt schon wieder wie Hulle. So, ich habe übrigens auch mal geguckt, es gibt noch keine Achievements. Die werden sie nach und nach wahrscheinlich reinsetzen. Also es macht ja auch Sinn, erstmal das Spiel ins Laufen zu kriegen, bevor man schon irgendwelche Achievements einbaut. Läuft ich überhaupt noch richtig? Die laufen dahin. Und die laufen in die andere Richtung. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das Gehirn ist ein Kojote. Was haben wir hier? Oh, Dispersal Wolves. Ich muss mir die Farben mal merken. Irgendwie fliegt das alles weg. Was war nochmal das Pinke? Das sind Dispersal Wolfe. Das wollen wir nicht. Ich will das Pinke. Elchherde. Oh ja, und das kommt von da. Dann machen wir uns da mal auf den Weg. Elch, 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 Elch. Wir lassen uns von nichts ablenken. Wo sind die pinken Flocken? Ich will die Elche. Oh nein, es kommen keine pinken Flocken mehr. Das sind nur noch die Wölfe. Da sind noch pinke Flocken gewesen. Da, da. Da. Was ist das? Oh, ein Bullen-Elch. Nee, da gehen wir gar nicht hin. Nee, 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 nee. Kein Muß. Ich wollte Elche. Äh, Elche. Kein Elch. Ich möchte Rotwild. So. Und die Herde ist da hinten irgendwo. Genau da, wo auch das Muß ist. Oh, die Flocken werden mehr bekommen. Der Sache hoffentlich näher. Mhm, 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 mhm. Äh, Elch. Ja, 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 ja. Hier waren sie, hier waren sie. Aber wo sind sie hin? Ja, 2,20, 2,15. Okay, die Spur ist gut. 2,10. Die sind hier lang gelaufen. Langsam wird das mit dem Pferdersuchen besser. 1,50. Ja, wir müssen einfach nur den Schritten hier folgen. Dann kommen wir da schon an. So. 1,25. 1,20. Sehr gut. 1,5. Also da muss man auch drauf achten. Eine Stunde. Ähm, wie frisch ist die Fährte noch? Da hinten sehe ich sie doch schon. So, einmal das Spiel eine Chance geben zu laden. So, ich würde sagen zum Abschluss. Ja, meine Süße, wir werden jetzt hier nochmal richtig Gas geben. So, holen wir mal uns was aus. Die Kälbchen sind in der Regel in der Mitte. Da rennt schon einer rum. Ja, die haben uns gesehen. Das ist das Problem. Okay, dann... Hallo? Laufen? Äh, öh, öh, öh. Wir nehmen mal denn, wir nehmen mal denn. Was ist denn mit dir? Ja? Ah ja, Kälbchen. Oder? Ist das ein Kälbchen? Ja. Das ist seine Mutter. Das kriegen wir aber schnell erledigt. Sorry, Mom. Verlieren wir gar nicht so viel Leben, da war es schon. Tut mir leid. Das ging jetzt erschreckend schnell. Dann essen wir auch nochmal davon. Wir haben ja auch nie Hunger. Wir sind ein Wolf, der einfach keinen Hunger kennt. Aber unserer Beziehung hat das richtig gut getan, die Jagd. Wir haben nochmal einen ordentlichen Spruch bekommen. So, wir sind wieder satt, ne? Ja. No need to eat now. Okay. Das ist mein, es geht weg. Ich glaube, es hackt, ey. Du hast gerade mal fünf Minuten Zeit. Und dann sind sie schon wieder am Geiern, ey. Jagt euch doch mal selber was. Wie wäre es denn damit? Mann, ey. Okay. So. Oh, da oben ist ein Moose. Ein Elch. Oh, sie möchte spielen. Ja. Äh, 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 äh. Ich bin zu spät. Oh. Ja, genau das. Oh. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt hat sie richtig Bock. Das ist ein Adler, ne? Das hört sich gerade an wie so eine Böwe. Jetzt hat sie keinen Bock mehr. Kollege. Weißt du, ihr habt ziemlich auf unsere Pappis später abgesehen. Ich sehe es doch schon kaum. Okay, wir sind ja zu zweit. Ich glaube, ich würde mal versuchen, hier zu schlafen. In der Hoffnung, dass unser Essen, in der Hoffnung, dass unser Essen... Hau ab! Ich kann auch nichts machen. Ja, anknurren kann ich sie. Dann beziehen sie sich. Ich versuche jetzt einfach mal hier zu schlafen. Einfach mal testweise. Sie schläft da hinten, das war nicht so. Sie soll die Beute bewachen, Mann. Okidoki. Okidoki. Genau, erstmal was fressen. Oh, ist das schön. Oh, wer seid ihr denn? Hör mal, du packst hier nicht meine Freundin an. Verzieh dich. Oh, jetzt hat er mich erwischt. So, jetzt kriegt er aber von beiden was. Die sollen sich nur verziehen, Mann. Ich will sie nicht töten. Komm. Ah, Spiel, bitte nicht läng, Mann. Hallo, Spiel, bitte nicht. Boah, der hat noch voll viel Leben. Oh, wow. Eigentlich haben wir nichts davon, außer uns zu verletzen. Deswegen würde ich sagen, verzieht euch einfach. Oh, Spiel. Leckt doch einfach bitte nicht. Ich würde schon sagen, du bist da, aber wo ist... Kommt der zurück? Ich weiß es nicht. So, weiß noch irgendjemand, wo wir unseren Scheiß-Kadaver gelassen haben? Leck, 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 leck. Wo ist denn der Kadaver jetzt hin? Und es gibt auch keine Spur. Elcheherde, Elcheherde. Das ist ja schön für die Elcheherde, aber wir hatten ja unseren Kadaver. Leck, leck. Spiel. Beruhig dich doch einfach. Nicht laufen, danke schön. Oh Gott, es ist ja gerade echt anstrengend zu spielen mit den ganzen Lecks. Aber wir haben die in die Flucht geschlagen. Ich finde das super geil. Ich finde es richtig gut. Da können wir mal hier zeigen, dass wir der Obermacker sind. Richtig cool. Wir haben zwar unsere Beute verloren und wahrscheinlich machen die sich jetzt darüber her, aber hey. Irgendwie haben wir es geschafft. Wir sind schon wieder halb K.O. So. Hunger haben wir nicht. Nee, wir lassen dich mal. Aber wir können uns da... Ich finde, Steine sind immer ein sehr angenehmer Ort zum Rasten, weil man da so ein bisschen geschützt ist. Und man kann es leider nicht so richtig sehen, aber... Ist das nicht schön? Das ist echt schön. Oh, sie reagiert gerade wieder. Wir müssen wieder hier... Ähm, 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 hier. Steine weg. Ja. Huch. Oh shit, jetzt ist das da drüber. Äh, well done. Äh, gut gemacht, dieser Wolf ist, äh, impressed, also ist beeindruckt von deiner Stärke und deinen Jagdfähigkeiten und ist bereit, dein Partner zu werden. Möchtest du? Äh, do you want to be their mate? Äh, wahrscheinlich eher her mate, ne? Ähm, wollen wir das? Wollen wir das? Ja, wir wollen das. Oder? Ja oder nein? Ja oder nein? Ja oder nein? Äh, doch. Wir haben dafür gearbeitet und ich finde, sie passt sehr gut zu uns. Yes. You've got a mate. Now give them a name. Okay. Ein Name, das hätte ich mir eh überlegen sollen. Äh, ich glaube, ich nenne sie Fenja. Ich glaube, den Namen hatten wir schon mal, aber ich finde Fenja für eine braune Wölfin eigentlich ganz cool. Ja, dann nennen wir sie so Fenja. Continue. Die Reise nach Slow Creek. Es gibt nicht genug unbeanspruchten Platz hier in Lamar Valley für dich und deine Partnerin, um ein Territorium zu beanspruchen. Später im Winter müsst ihr nach Norden reisen, um Unoccupied Turf zu finden. Wie so Törf? Okay. Ähm, in der Zwischenzeit und bis die Slow Creek Episode überhaupt veröffentlicht ist, also das gibt es noch nicht, erkundschafte weiterhin das Areal mit deinem Partner. Also, Slow Creek ist ja noch nicht released, das heißt, wir werden in, ähm, ja, Wolf Quest 3 aktuell noch keine Puppies großziehen. Das ist jetzt im Prinzip schon die, äh, die Quest gewesen. Das heißt, wir können jetzt mit Fenja noch weiter unsere Skills erweitern, etc. pp. So, what to do, explore the Lamar Valley and a specimen ridge in the meantime. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Können wir mal in die Map gucken. Genau, Lamar Canyon, Junction Battle und Vapiti. Und der Stern ist wahrscheinlich, ähm, ja, im Prinzip, da geht's nach Slow Creek. Was wir aber aktuell nicht, äh, ja, nicht können. Genau, Amethyst Mountain sind wir gerade. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Und das ist jetzt, ähm, Ja, im Prinzip haben wir damit schon die Questreihe aktuell, ähm, erledigt. Was ich aber nicht schlimm finde. Das heißt, wir werden jetzt hier unser kleines Schläfchen halten. Und dann, meine Lieben, ähm, so, wir lassen ihn jetzt mal schlafen. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und, äh, freue mich, wenn wir das nächste Mal weiter unsere, ja, ich sag mal, unsere Erfahrungen sammeln, ne. Es ist ja noch sehr viel ausbaufähig. Und, ja, da freue ich mich drauf, äh, mit euch zusammen nochmal weiter auf Erkundungen zu gehen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.